Wart gelabig an, schnittchen! Geile Erklärung, ey. Da ist die Erklärung, Bram. Da ist die Erklärung, wir haben schon keine. Wir spielen The Speed Golf. Wir spielen vor allem 36 Loch, also... Ja, wir spielen 36 Loch, 119 Paar und das ist The Speed Golf von MCL Cool. Hm, das war leider zu wenig. Das ist ein Witz, es fängt schon wieder beschissen alles an. Hä, du musst Hole in One machen? Ja, Hole in One in zwei. Warum durfte ich da nicht liegen bleiben? Leroy Jay, komm schon! Vielleicht darf man da vorne nicht liegen bleiben. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum darf ich dahinter nicht liegen bleiben? Ja, ich durfte da vorne nicht liegen bleiben. Das ist so rigged alles, das ist ultra rigged. Erste Runde fängt an und es ist direkt fliegt. Aber du bist doch da liegen geblieben, Jay. Ja, aber nicht dahinter. Boah, Hole in One. Dann hätte ich ja nur, äh, zwei gebraucht. Ja. Genau. Du durfte mal liegen bleiben, was soll ich machen? Warum kannst du dich gerne bei dir beschweren? Ich würde dich in der Neckarbox machen. Da bin ich nicht über dich beschwert dran. Da ist dein Loch. Warte, aber das ist ja belastend. Hehehehe. Hehehehe. Only One. Lol. Hä? Und zwei. Kann man da rausfliegen? Ja. Kann man da rausfliegen? Ja, genau. Du kannst da rausfliegen. Habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Alter. Es ist alles schon weg. Vor die... Vor die irgendwie... Den Kack machen wir jetzt 36 Runden nach, du Scheiße. Jay ist auf jeden Fall in der richtigen Stimmung hier, oder? You rigged the map hier, ey. You rigged the map. Ah, vier. Gar kein Problem. So, was haben wir hier? Oh, das kriegen wir aber hin, oder? Ja, das ist so ein bisschen so die Frage, Bram. Ja, kriegen wir hin. Scheiße. Bullshit, ey. Jay, du darfst aber nicht den bleiben. Wer? Ja, doch. Natürlich darfst du, ihr Lieben. Du liegst doch auch hier. Ja, ich wollte Jay ein bisschen triggern. Aber der sieht dich doch. Ja, aber lass ihn doch triggern. Der hat sich die Augen zugehalten, Christian. Dann sieht man den nicht. Jay tiltet so rein, dass ich nicht siehe. Oh, was ist das denn? Scheiße. Ey, ich bin mal geglaubt, du musst ins zweite Loch. Shit. Das weiß ich nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es. Er weiß es nicht. Okay. Gut, da muss man hier mit Bande machen. Bande. Ja, easy game. Einfach ein bisschen. Bleib liegen, bleib liegen. Boah, Alter hat es belastet ihn. Die werden dann eins gegangen, auf jeden Fall. Die werden dann niemals reinknallen. Auf fünf Bram? Ja. Mh, schmeckt. Ui, jetzt sind wir in der Höhle. Höhle? Höhle? Mit pinken Steinen. Okay, komm, das ist doch nicht so schwer, oder? Ja. Ja. Zwei von vier nicht geschafft. Christian, you can do it. Ach, das sehe ich nicht. Oh, war da neben gegangen. Doch, schwerer als gedacht. Ja, er ist schwerer. Das ist doch ein Igel. Schmürer, Schmürer. Hey, warte mal. Auf der Bahn sollte man vier brauchen? Was ist das denn jetzt? Okay, die Röhren mag ich nicht. Ja. Ich bin betrayed worden. Sehr gut. Was ist? Jay ist betrayed von Bram. Das kann nicht wahr sein. Aber Jay hat auch voll reingegeeetet. Muss man ehrlich. Ja, geh mal in hole in one. Ist klar. Ja, beschwere dich halt noch. Hä, es ist so rigged alles, ne? Alles rigged. Was ist das denn? Äh, fast so. Okay, so wäre sie gegangen. Ja. Der Winkel nicht ganz zu stark auf der linken Seite. Oh shit. Was ist denn das denn gemacht? Das hab ich mich auch gefragt. Wie kann man ja so an der Wand entlang kommen? Wie kann man an der Wand entlang kommen? Wenn ich an der Wand entlang komme. Nee, drin. Das ist jetzt ein Paar gewesen. Eben vier Schläge und hier nur zwei. Oh mein Gott. Also Course-Rating müssen wir noch mal üben hier, Freundchen. Das war schlecht. Oh, Jay! Es ist so lächerlich heute, ey. Das kann nicht wahr sein. Warum? Warum ist das alles so knapp heute? Das ist alles ein bisschen unfair. Ja, aber das ist in Ordnung auch. Das ist auch kein Golf-Adventure nicht gerecht benachteiligt. Ja, das ist ja nicht ungerecht. Beim ersten war das vielleicht meinetwegen ungerecht, aber danach war das ja einfach nur unlucky. Komm schon! I don't know one. Komm, Jay. Und mein Golfschläger. Alter. Das kann nicht! Das ist wirklich ein Scherz. Aber du gibst ja auch keine Mühe. Ja, Bullshit, ey. Oh, dann kommt von der Seite von Lava reinvoll. Oh, das ist jetzt mit hier fühlen. Alter, das ist schwierig. Was hat das denn? Der war zu viel Gefühl. Und ich hab's nie darüber! Der war zu viel. Ah, hold on one. Du musst das Fenster zumachen. Okay, das. Sonst denken die Nachbarn sich noch scheiße. Was locht der da die ganze Zeit ein? Kann nicht sein. Aber du schreist aber rüber, als wenn du 30 Schläger hinterher wärst. Du bist zwei hinter mir. Ja, aber ich wäre, ich hab so toll und gut geschlagen teilweise, dass das echt unfair ist, dass ich vier dahinter bin. Das ist wirklich unfair. Na gut. Ja, sehr gut, ey. Ja, sehr gut, ey. Das ist ja jetzt genau das gleiche. Das sind ja so blöde Wolken im Weg. Hä? Die sind im Weg. Ja, bei mir sind das so Wolken gerade. Oh, dann war gut, ey. Oh, jetzt höre ich hier aber irgendwie nix. Ah, schlisch. Schlisch, mack, schlisch. Das gewid nicht mehr nehmen. Ich hab mich wieder entblutet. Was? Da hat man geschrien. Sü! Nee, nee. Hä? Wieso ist das jetzt doch, weil die quasi selten sind? Nee, ist mit Abfallern. Jetzt musst du den 90 Grad Winkel genau treffen. Schade, hab ich nicht gemacht. Alter, das ist so ein Witz. Wer ist hier so lange stehen, bis der... Er legt mich doch am Arsch, Alter. Wer würde jetzt richtig rumschreien? Ganz ehrlich, mit einer vernünftigen Physik ist der Ball drin, weil die... mehr als die Hälfte des Balls liegt über dem Loch. Alter, bei mir fällt der Ball... Du fällst bei mir die ganze Zeit rein. So knapp war das noch nie. Das ist ein Scherz, ey. Das war echt ein Witz. Okay, zwei Hobel. Wie schwer kann das sein? Ja, gar nicht. Komm, Sepp. Arad. Das kann nicht wahr sein. Ach, scheiße. Bram, versuch mal Pressure aufzubrauen. Das kann nicht wahr sein. Ich hab ja noch... 28... 21 Löcher, ey. So viel gespielt, ne? 36. Er macht einen Jader eigentlich. Er lag halt weit weg vom Loch einfach. Oh, unter Wasser sind wir jetzt. Hat er eine andere alternative Physik hier? Oh, der hat die Ecke in der Mitte zugemacht. Sonst kann man da einfach in der Mitte drüber spielen. Äh, ich bin daneben. Scheiße. Haben wir es in meinen drin? Ist richtig. Oh mein Gott. Ist das doof. Oh, je... Boah. Oh, je... Du hast aber auch Pech. Nein, ich bin über den... Oh, das fickt mich jetzt komplett hier. Der letzte war schön. Der zweite war unnötig. Oh, Benno. Also, du kannst ja... Also, ich hab bestimmt bei den 16 Löchern, die wir bislang gespielt haben, neunmal Pech gehabt. Das kann nicht wahr sein. Würde ich nicht so sehen. Das sehe ich 100% eh so. Ey, würde ich einfach mit Bande spielen? Dann ist es schwierig, oder? Ja, ich hätte auch... Spiel lieber rechts lang. Stimmt. Probier ich zu mir. Wäre ja mega smart, Alter. Oh, Jay. Was sieht denn gut aus? Oh, was regst du dich denn so auf? Weil er erst dann so scheiße dran vorbeigerattert ist. Ja, aber du hast es doch voll in der Hand. Maus ist erst in der Falle, wenn sie zuschnappt. Ne Vagina. Hat das ein Auge? Ach so, oh mein Gott. Hast du nicht gerade gesagt, ich hab ne Vagina? Nein, das hab ich nicht gesagt. Okay, wie kriegt man das denn am besten? Pass auf, so. Ja, das war gut. Herr Christian! Rang! Wutsch! Ah, stark. Ah, Sepp, wo ist der Pressure? Warum hängt denn ihr da? Kann der sich den gerade überholt haben? Ach so, der hatte gerade eine Rolle im Monat. Der hat da eine Strömung? Ja. Aber wenn du ganz rechts spielst, hat es keine Strömung. Wow. Und wieder in die Ecke. Der Pressure ist gar nicht mehr da, weil... War schwierig. War schwierig. All in one ins Fall. Hä, machen wir jetzt noch nicht 36 Maps oder sowas? Ja. Ja, das... Oh. Das ist hart. Ist das ein Huckel? Easy. Das ist super schwer zu erkennen, ey. Ja, weil das ist unter Wasser. Das gibt's nicht! Ja, ja, ohne Scheiß, das Krümmer ist Krümmer als ein Penisbruch hier, mein Strich. Wer weiß noch, wie das aussieht? Äh... Hast du noch nie danach gegoogelt? Nee. Ich würde es nicht empfehlen. Es gibt Dinge, die habe ich noch nicht gegoogelt in meinem Leben. Stell dir vor. Ja, aber guck mal, du bist, keine Ahnung, du bist 15, 16 oder sowas und dann... Äh, hast du davon mal gehört? Dann willst du natürlich wissen, was das ist? Nee. Richtig eigentlich nicht. Okay. Pardon? Also, ich würde ja auch nicht nach Geschlechtskrankheiten, weil eigentlich möchte ich das gar nicht sehen. Nee, das würde ich auch erst machen, wenn ich das habe, dass ich danach google. Ja, aber Penisbruch ist doch genauso. Das würde ich ja auch erst googeln, wenn ich das habe. Ich glaube, dein Google, da habe ich nicht die Ruhe, danach zu googeln, glaube ich. Denke ich auch. So. Ich glaube, das merkt sie. Ui. Okay, wild. Wie schwierig. Ja, mega awesome. Warte. Was ist denn das? Ein bisschen links, glaube ich. Oh, mein Mann. Komplett mätig einfach. Mit ein bisschen mehr Speed. Das ist Jay auf einmal so gut, der schreit doch die ganze Zeit rum. Nein, das hat zu wenig. Jetzt verkack ich das gerade. Ich bin dagegen gehauen. Hä? Zu weit? Nice, Christian. Mann! Ja, du mal fünf. Ja, du, frag mal Jay. Ja, ich sammle richtig. Wir müssen immer noch ein bisschen Gefühl machen. Du hast doch gesagt, mit mehr Speed. Ja, okay. Aber nicht der hier 500, ja. Scheiße, man kann ja auch hier... Oh, mein Gott. Ich hätte ja einfach gar nicht viel zu liegen bleiben können. Idiot. Na ja. Dann habe ich selber schwarz. Dann war es gerade noch zweiter, jetzt letzter. Ist okay. Alles gut. Okay, das kriegen wir hin, oder? Oh, das war viel zu wenig. Kann man da bounce? Kann man da aufkommen? Boah, direkt ins Loch. Boah, der war auch schön. Aber leider drei. Dann bist du jetzt wieder... Ja, du saugst mal den Eiern. Der ist halt da, ne? Ah, der ist halt da, ne? Die finde ich immer schwierig. Oh, da war ein Ticken zu wenig, muss ich mal sagen. Nein! Oh, das ist doch nicht so schwierig. Ach, Bram. Yay, Jay ist auch dabei. Ja, wobei... Ja, da hat man zu wenig Gas gegeben. Oh. Hast du gedacht, du bist ein Fuchs, ne? Na, hab ich wirklich gedacht, ich bin ein Fuchs. Wie macht man das denn, dass man von dem einen zu dem anderen rollt? Du musst da hochrollen. Aber der war echt schnell. Der Fuchs. Ja. Also ich würde auch sagen, das ist eher so... Bait, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Das funktioniert doch einfach gar nicht. Oh Gott. Da kommt es ab jetzt drüber jeden. Ja, Lams. Ah, trotzdem doof. Na, hier yeeten wir jetzt drüber. Schade. Nein, nein. Hoi, hoi. Oh, Schick. Oh, das ist blanlucky. Das war eine richtig geile... Wie heißt das schon? Der Apex war richtig gut getroffen. Die Linie war schön, aber. Die Linie. Ich durfte aber heute mit seinen Fachbegriffen um sich. Die Linie war gut, die Ausführung mangelhaft. Oh no. Jesus. Mein Jayz hat gerade so alles mit hängen geblieben. Bin ich auch. Tschüss. Hoi, hoi. Bei euch. Pressure is real, Bram. Erbram, mach mal was. Ich muss ja kurz gucken, wo ich hinspielen muss. Das ist okay. Da hinten ins Loch. Erbram, wartet immer ab. Bis alle geschlagen haben. Nee, gar nicht. Ich habe einfach die Kästchen gezählt. So wie immer auf solchen Maps. Ja. Und dann die Winkel berechnet. Kästchen gezählt? Ja. Nein, das waren 22 Kästchen. Du musst genau bei 11 einfach gegen die Mitte schlagen. Und dann nicht so, wie ich, zu feste, sondern mit dem richtigen Speed. Da hast du auf jeden Fall garantiert, das ist auch no one. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. So mache ich das auch immer nicht. Gucken, zielen, draufballern. Das ist machbar in eins. Auf jeden Fall. Ich habe nur fest zerschlagen sollen. Ah, okay, Sam. Aber er hat ja sogar am Ende noch die Hilfe gehabt. Hier nicht. Kacke, dann ist es gut. Nein, Bram, du alter, du alter Flegel, du. So, der Pressure ist real, Sam. Alter, ich hasse dich. Das ist ja so ein Witz, ey. Lol. Komm. Ist das alles lecker? Nein. Reicht doch. Ich könnte ja doch. Ach so, du hattest auch zwei. Ach so, nee, hatte ich nicht. Nee, ich hatte nicht zwei. Struggle ist real. Einfach reinheben, oder? Ja, mit volles Meat, aber. Volles Meat? Mal da volles Meat, möchte ich auch mal gucken. Natürlich bleibe ich wieder hier hängen. Nee. Also, die Möge geht ab. Schwieriger. Okay, so langsam ernst, Sam. Nicht mehr viele Löcher. Ja, aber die Scheiß jetzt hier. Das ist ja das, was der Bickel fällt mir. Zweit links. Nein, zu wenig Power. Oh, Bram, guck dir das nicht ab, bitte. Nein. Zu wenig Power. Werden doch aus den Fehlern deiner Vorgänger. Habe ich doch. Aber die Umsetzung ist so eine Sache. Was ist das denn da? Was ist denn Löcher? Okay, mit der ARNG das. Ah, nee. Gebraucht mal einmal verkackt, dann kann ich ja treinen, ne? Nein, 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 nein. Einer ist genug gerade. Boah, jetzt muss ich echt performen noch. Boah, belastend. Die hat nur da gerade schon. Schon wieder so was. Ey, aber diesmal mit Eis. Du fliegst wahrscheinlich viel zu hoch. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass da neben liegen geblieben würden. Genau auf dem Rand da drüber liegen geblieben, Alter. Das war's. Ich hab mit ihm verspielt. Ach komm, jetzt mach den Pressure nicht noch mehr auf. Drei sogar noch. Mann, nein, oh Gott. Stark, Dennis. Hä, wieso? Das ist richtig doof, einfach. Ich bin hier nicht mal richtig liegen geblieben, oh mein Gott. Schön in vier, geil. Wie kommt man denn da am besten rein? Jetzt mit Vollschmack, Sepp. Muss ich rechts oder links? Das ist eher, keine Ahnung. Eher so nach hinten. Ne, links ging die, genau. Sepp verspielt den Vorsprung. Aber ich hab auch gegen die Schräge gehauen und das kam nicht hin. Was? Was? Oh mein Gott. Ich seh' ich etwa gerade Licht am Ende des Tunnels. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verspielt es komplett. Das geht es nicht. Komm jetzt verkackt den noch irgendwie. Zum Mittagessen, ein Belastung. Jetzt ist der Druck. Oh je 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 je. Jetzt haben wir nur einen Schlag vorne. Zwei Bahnen. So, warten wir, also ich war jetzt noch mal bis alle geschlagen haben. Ja, ich warte auch mal. Ich lass die auch neue machen. All the money, bitch, Sepp. Ja, exakt. So wollte ich aber auch schlagen. Mhm, sagte er jetzt, nachdem er sich das angeguckt hat. Das ist richtig. Nachdem ich mir das angeguckt habe. Ich hab die ganze Zeit links geguckt. Ich hab auch links erst geguckt. Muss ich ehrlich sagen. Also danke, dass wir... Oh, da konnte ich gut abgucken. Oh, warte mal. Wie viel Lied brauchst du? Dem hat die Steine bramst. So viel. Oh mein Gott. Das war viel zu wenig. Scheiße. Boah, ich hab volle Pulle gemacht, ey. Ja, also hier kannst du wirklich drauf liegen. Oh mein Gott. Nein, war da zu viel? Ah! Am Ende kann man wegfliegen. Da ist... Hindernis. Oh, Jay, der war gut. Der war gut. Er bringt ja nichts. Trotzdem war der... Warum, wie schmeckt dir das? Tja. Liebe Zuschauer, ihr habt's gesehen, wo ich's gechokt hab, ne? An der einen Map, wo ich einfach die Maus bewegt hab. Richtig belastet. Das möchtest du mir ist da. Na ja. GZ Sebastian. Zu Recht erster. Ja, war aber knapp, ey. Du warst ja ein würdiger Gegner. GZ. Oh, du hast gewonnen. Hör auf, jetzt hör auf, jetzt mit. Oh, ich muss mal zu schmieren. Wieso waren wir denn 119 Schläge? Also... Ja, das sind so richtige Lappen. Track scoring oder wie das hieß, das müssen die nochmal lernen, aber ansonsten war die Map ganz cool. Oh, Alter, ich war so richtiger Lewis Hamilton heute, ey. Ja. Also, wenn... Also, Jay hat richtig gute Chancen gehabt. Nur die eine Map hat bei ihm 10 reingeballert. Wenn du da auch 2 gehabt hättest. Na, na. Na. Danke, tschüss. Tschüss.